salam alaikum es gibt moment man weiß wirklich wo man anfangen wo man anfangen soll da fährt nur der hadith des propheten ein wenn du dich nicht schämst dann mache was du willst es gibt jetzt gibt es leute die behaupten wir hätten am 13 9 2013 für den is zu spenden aufgerufen am 13 9 2013 und dann siehst du am kommentar da steht ey das muss vor kurzem gewesen sein weil er sagt nicht isis sondern er sagt is ich hab's genau gehört am 13 9 cool ist cool ist dass er das gesagt hat weil das war am 13 9 2013 da gab es noch keinen is und wir haben auch nicht für die isis aufgerufen sondern für ihet aber wer unehrlich ist der wird irgendwas sehen oder irgendwas hören das müsste eigentlich dem letzten beweisen dass er sich selber betrügt dass er sich selber betrügt und man kann videos finden über pierre vogel frankfurt ihet einzugeben dann wird man videos finden friedenskongress wo ganz klar gezeigt wird dass ihet dort spenden gesammelt hat für syrien humanitäre hilfe ganz einfach deswegen die lügner werden weitermachen die wollen dass hier dass es in deutschland zu einer massaker kommt die haben jetzt einige geistesgestörte für diese aufgabe gefunden ich habe eben noch mal kurz in facebook reingeguckt weil weil eigentlich der abo adam hat mich darauf aufmerksam gemacht da hat dann eine geschrieben ja wo sind wir hier sind wir hier im kindergarten da meinten andere was meinte der oder die irgendwie gesagt auf jeden fall wir sind wieder immer wir sind weder im kindergarten sondern wir sind im irren haus gelandet aber wir haben es nur mit psychopathen zu tun lügner und psychopathen die versuchen irgend einen schrott zu finden übrigens noch mal zum 297 tausendsten mal ja das video mit desodork war von anfang 2010 habe nur einige mal in meinem leben getroffen dann wenn man kritisiert wird wegen einem getränk was der ewe verkauf wo hieß es drauf steht dann beschwert euch bei rewe weil die verkaufen das getränk doch das heißt dieses foto ist mehrdeutig könnte sein aufklären wort ihr schaut mal ist es verkaufen getränk was ist es heißt und außen von wann war dieses bild das dritte ist das angebliche ist logo man kann mal gucken wann ich das angezogen habe das müsste anfang 2014 gewesen sein und alle leute die darunter kommentare schreiben schreiben was ist das für ein pullover ist ein cooler pullover kein einziger schreiben ey ist das nicht der pullover von isis ist das nicht das logo von isis warum war das überhaupt nicht bekannt gewesen ist zu diesem zeitpunkt dass das das logo ist von isis und wir sehen das auch nicht als das logo von isis was gibt es noch was gibt es noch für ein schrott ach ja warum macht ihr nicht bei unseren demonstrationen mit gibt tausend sachen gegen die wir sind bei denen für die wir noch keine demonstrationen gemacht haben entweder weil wir glauben dass die demonstration keinen sinn macht oder weil wir einfach keinen bock haben ich bin auch gegen den walfisch fangen beispielsweise habe ich noch nie über eine demonstration mitgemacht ich bin auch kein greenpeace aktivist aber deswegen kommt keiner von greenpeace zu mir an die tür oder beschwert sich bei mir manchmal in der demonstration von greenpeace noch nicht teilgenommen habe oder gegen atomkraftwerke oder sowas so es gibt tausend sachen es gibt sogar sachen wo er persönlich in dem land gewesen ist wegen borma auch keine keine kundgebung macht oder leute abgeschlachtet worden sind von den buddhisten da sind wir auch nicht vor dem ding sagen hey das sind terroristen erdogan warum machst du nichts bringen sie alle rum du musst mit den bodentruppen reinfahren da sind wir nicht zum deutschen bundestag gegangen haben gebettelt dass die dass die den leuten in burma helfen ist nicht unser stil wenn wir wenn wir kundgebung gemacht haben um eine religiöse botschaft rüberzubringen auch was gaza angeht weil wir nicht viel davon halten durch die straßen rum zu gehen und aua aua zu schreien wer das gut findet kein problem ja nur man soll bitte uns nicht auf den senkel gehen so wenn es beweise geben würde wären wir schon lange weg und die deutschen medien sollen sich was schämen und übrigens habe ich auch hier jetzt haben sie alle angst als in hamburg geknallt hat dann werde ich obwohl ich derjenige bin der jedes mal sagt er geht diesen sachen aus dem weg seid friedlich stellt nichts an macht keine terroranschläge das haben wir auch schon video komikerweise dieses video was wir hier zusammen gemacht haben ja ratschen an die is anhänger dass sie hier keine terroranschläge machen warum wurde bisher denkt man selber darüber nach warum wurde bisher in keine einzigen zeitung veröffentlicht der radikale islam prediger piavogel ruft dazu auf sich von kurden demos fernzuhalten und jedem streit aus dem weg ziehen warum stand das in keiner zeitung das ist politikale incorrect der islam prediger muss immer als der radikale dargestellt werden im gegenteil die stellen das sogar da als wenn ich dahinter stecken würde so dass sie versuchen sogar die kurdischen geschwister gegen uns aufzubringen dabei sehen wir alle geschwister gleich gibt keine unterschiede genau genau alhamdulillah und wie oft haben wir für ihr gesammelt das war ja nicht nur in frankfurt wie lange geht das schon die kommen immer die kommen immer zu unseren veranstaltungen die kommen in köln war das erste mal 2012 im sommer 2011 da war ich das erste mal gewesen so was gibt es noch was gibt es noch für beweise dass ich dass ich das getränk da von rewe ist vielleicht mit isis weil die haben getränk weil sie verkaufen das von isis müsst ihr mal nachforschen könnt ihr eine demonstration vor rewe machen so dann was noch der pullover was gibt es noch das ist so angeblich wie das ist jetzt der neue burner die haben jetzt gemerkt die haben wir jetzt gemerkt die haben wir jetzt gemerkt dass das alles nichts gebracht hat und jetzt jedenfalls für die medien wenn ihr wollt dass wenn ihr weiter wollt wenn ihr jetzt die doofen gefunden habt die auf uns loshetzen wollt weil ihr wollt dass es zu einem gemessen kommt dann müsst ihr weiterzumachen aber